Hallo und Gute zu einer neuen Ausgabe von Schocki-Panocki-Daily, eure Tagesdosis-Angeberwissen. Der Sashi und ich haben euch heute wieder was mitgebracht und wir fangen an mit dem Geburtstagskind des Tages. Heute am 9. August hat wer Geburtstag? Peter Harz! Das ist der von Hartz IV. Richtig, ehemaliger Manager von Volkswagen, dann in der Schröder-Regierung an der Arbeitsmarktreform mitgearbeitet. Hartz IV ist quasi die Hartz-Reform. Deswegen schreibt man Hartz mit TZ. Richtig, weil es der Peter Harz. Und das Gebirge mit nur Z. Genau. Ganz wichtig. Und das ist der Peter Harz mit TZ. Peter, alles Gute. Ja, Peter. Am 9. August 1993 schwört Albert II. Der Zweite. Der Zweite. Nicht der Dritte, nicht der Erste. Nein, der Zweite. Der Zweite, genau. Okay, der Zweite. Auch nicht der Vierte, auch nicht der Fünfte, sondern der Zweite. Schwört Albert II. den Eid auf die belgische Verfassung und wird damit König der Belgier. Das ist ja 93, war das. Der Alp. Das weiß ich noch. Am 9. August. Eine geile Party. Ja? Ja. Warst du eingeladen? Ja, ging gut ab. Das war echt gut. Er hat auch nicht so, also war auch so... Allüren. Buffet und so, war echt gut. Hat er da so königliche Allüren gehabt? Ja, ein bisschen, ja. Kann ich nicht drüber sprechen, weil sonst wird mich der belgische Geheimdienst umbringen. Der belgische Geheimdienst ist gar nicht der schlimmste von allen. Ja, der wird immer unterschätzt. Ja, ja. Die haben ihre Augen und Ohren überall. Belgischer Geheimdienst ist ja gewalttätiger als CIA und KGB zusammen. Ja, Mossad als möglich. Belgischer Geheimdienst, aber denke ich mich nicht mit an, deswegen werde ich über die Partys beim Alp, wie wir Freundinnen nennen, Alp. Alp! Wer hätte wahrscheinlich viel sagen können hier. Ich dachte, ihr sagt... Habt da bitte Verständnis für, aber es geht auch um meine Sicherheit hier. Ich dachte, ihr sagt L. Nee, Alp. Alp, okay. Dann siehst du, falsche Informationen gehabt. Genau. Heute am 9. August ist auch... Und das müsst ihr euch jetzt auf der Zunge zergehen lassen. Noch 144 Tage bis Jahresende. Nee! Geil! Könnt ihr sagen hier im Gespräch, in 144 Tagen ist die Nummer hier rum mit dem Jahr. Ja! Ja! Das bedeutet aber auch, in 137 Tagen ist Weihnachten. Ja. Das ist für dich immer sehr wichtig, ich weiß. Wieso? Gibt's Geschenke? Warum wippen wir eigentlich so noch im Kopf? Weil's cool aussieht. Okay. 144 Tage bis Jahresende. Haben wir noch was? Ja, natürlich. Am 9. August 1471 wird Francesco della Rovere unter dem Namen Sixtus IV. Papst. Sixtus IV. Ja. Sixtus IV. Ja. Und heute am 9. August 1471. Heute am 9. August 1471. Papst. Papst. Ja. Kann man sagen, pass mal auf, Mädel. Es sind noch 144 Tage bis Jahresende. 137 Tage bis Weihnachten. Und Sixtus IV. Ist heute Papst geworden. Am Start. Seit heute. Kammer. Hier. Gehen wir mal zum Alb. Ich darf ja nicht drüber reden. Ich würde echt gerne erzählen von den Partys. Nee, ich darf's nicht sagen. Ja. Bei den Partys, wo man ohne Unterwäsche hinkommen muss. Ja. Also, sorry. Wenn's nur das wär. Kam ja von mir, kam ja nicht von ihm. Wenn's nur das wär. Ja. Das war der 9. August. Morgen. Am 10. August sehen wir uns wieder. Ich sag bis dahin. Cheerio. Miss Sophie. Gude. Möte. Untertitelung des ZDF, 2020